Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir wollen griechischen Wein trinken, bis die Sonne wieder aufgeht. Schwarzwälder Kirschtorte essen mit extra viel Sahne. Nach New York reisen, Blumen kaufen, wieder 17 sein. Udo Jürgens schrieb den Soundtrack fürs Leben, mit dem ganze Generationen groß geworden sind. Erst im September feierte die Musiklegende seinen 80. Geburtstag, ging auf Tour, Zehntausende jubelten ihm zu. Heute ging Udo Jürgens spazieren in der Schweiz, im Kanton Thurgau, als er bewusstlos zusammenbrach. Sein Herz versagte. Mit Messie-Scherie fing in den 60er-Jahren alles an, mit Sätzen wie, sei nicht traurig, muss ich auch von dir gehen. Mitten aus dem Leben gerissen wurde Udo Jürgens heute bei einem Spaziergang in der Schweiz. Henning Winter steht vor dem Krankenhaus in Münsterlingen, in dem Udo Jürgens Tod festgestellt wurde. Für viele kam das völlig überraschend, oder? Ja, absolut. Für seine Freunde, für die Fans hier, für seine Familie. Sein Musikerfreund Pepe Lienhardt hat gestern noch mit ihm zu Abend gegessen, hat mit ihm gelacht, hat mit ihm die angehende Tournee besprochen wahrscheinlich. Sein Bruder Manfred Bockelmann hat geschrieben, er kann es nicht fassen, dass es so plötzlich passiert ist. Seine Tochter Jenny ist auch sehr schockiert gewesen von der heutigen Nachricht. Und auch hier am Bodensee im Kanton Thurgau haben Menschen auch gleich Kerzen gebracht vor das Spital, wo er heute um 16.25 Uhr gestorben ist. Er ist spazieren gewesen, ist dann bewusstlos zusammengebrochen. Es gab sofort Wiederbelebungsmaßnahmen. Aber hier im Krankenhaus konnte dann nur der Tod festgestellt werden. Hier in Gottlieben am Bodensee hat er viel Zeit verbracht. Hier hat er Freunde gehabt. Es war ein Rückzugsort. Seine Villa in Zürich ist ja noch nicht fertig renoviert. Und Menschen haben ihn hier immer wieder getroffen, auch am See bei den Spaziergängen. Und ich denke, dass morgen auch sehr, sehr viel hier passieren wird, dass Menschen ihre Trauer zum Ausdruck bringen werden, dass sie Blumen bringen werden, Kerzen. Auch im Internet haben viele schon ihre Meinung geäußert. Sie stoßen noch mal ein letztes Mal mit ihm an, mit einem Glas griechischen Wein. Henning Winter aus Münsterling. Danke Ihnen. Und mehr erfahren Sie auf tagesschau.de. Das Erste ändert auch sein Programm. Gleich im Anschluss läuft der Film Die Legende Udo Jürgens. Und morgen um 20.15 Uhr zeigt die ARD die Dokumentation Der Mann, der Udo Jürgens ist.